Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS19 vom Hof der Familie Kahrs zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Von der Swiss Dutch natürlich. So, ähm, früh am Morgen, halb sieben, wir starten, würde ich sagen, ne? Mhm. So, äh, du machst? Ähm, ich dünge hier gerade das Feld noch fertig. Äh, theoretisch könnte ich dann die Wiesen noch machen, wenn ich das noch soll. Ja. Ansonsten ist noch was zum Grubbern. Ja, ich renne gerade runter zum Glas. Und, äh, Aussehen, das ist so das Nächste. Die Tiere sind so weit, ich hab mal geguckt, die sind eigentlich bis auf die Sauberkeit bei den Hühnern. Ah, die ist, ähm, noch so ein bisschen unten, was auch immer das heißt, wie man da sauber macht. Äh, mit einem Frontlader den Futterbereich säuber. Okay. Äh, ansonsten muss man da jetzt nicht so viel machen bei den Tieren, also eigentlich aussehen. Gut an, jetzt bin ich. Okay. Dann werde ich mir mal, also ich habe jetzt hier gerade den Grubber, ich mache jetzt den Rest, was der Helfer gestern nicht mehr, gestern Abend nicht mehr geschafft hat. Oder nicht mehr wollte. Ja, muss ja Feierabend machen. Dann schlappe ich mir mal den Rest hier. Und dann gucke ich mal zwecks, äh, Tierreinigung. Würde ich sagen, oder? Okay. Ich stelle mal ganz gut Zeichen bis zum Fuß, weil ich sehe, dass... Und geht es, was das? Äh, nicht im Schlepper, du musst ausstecken. Achso. Jeder, der schleppt das Ganze nicht. Äh, ich stehe nicht richtig ruhig wahr. Okay. Die Wolken, die sind so hammer, wenn du dir die Zeit vorstellst. Ich falle von Nacht auf Tag. Das ist echt cool. Ein schönes Farbenspiel, ne? Ja, total. Gut, sehr schön. Der Helfer wollte übrigens hier unten nicht mehr weitermachen, die Felder, ne? Der ist dann irgendwann mal auf dem einen Feld geblieben. Das ist schon seltsam. Ne, er war dann irgendwann mal so weit, dass er nicht mehr auf das Feld, andere Feld musste. Achso, okay. Und dann fährt er auch einfach doch nicht weiter. Die Schafe können wir auch mal nur reinstellen. Sind die noch nicht... Ja, ach, dafür wollten wir ja eigentlich Geld anschaffen. Nur irgendwer hat ja unbedingt gestern Abend im Stream einen Striegel kaufen müssen. Da ist das Geld wieder ausgegeben. Der guckt ja unser Kontostand an. Ja, ich sehe schon. Wir sind reich. Ja, nee. Nee, nee. Nee. Wie sieht eigentlich unser Gülle- und Miststand aus? Ähm, sehe ich das irgendwo hier? Ja, bei den Tieren. Also wenn du jetzt über Escape und auf die Tiere gehst. Moment, schau ich gleich. Ich bin hier schon fertig. Ähm. Also bei den Kühen. Die Schweine, das wird vernachlässigbar sein. Also Milch haben wir sogar. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir den Tank austauschen. Gülle ist bei 19.500 und Mist bei 11.500. Okay. Dann können wir nämlich bald mal Gülle fahren und Mist. Gülle können wir ja untergrubbern. Da haben wir ja das Güllefass mit dem Grubber. Äh. Dass die Frage, ja wir haben ja hinten, dass das Raps fällt noch. Das muss gegrubbert werden. Da könnte man das Güllefass theoretisch nehmen. Soll ich jetzt mal über die Wiesen drüber gehen? Ja. Mach ruhig. Geh ruhig über die Wiesen. Schadet denen auf jeden Fall nicht. Bringt jetzt mehr Ertrag? Eigentlich ja. Ja. Wieso ist hier ein Streifen Gras auf dem Feld? Ach ja, weil da der Striegel eingesetzt hat. Verstehe. Gucken wir mal, ob er das so wegkriegt oder ob ich das... Ja, kriegt er so weg. Ist ja mal eine ziemliche Menge, die hier noch stehen geblieben ist. Ich hab mir gedacht, so mal eben. Aber mal eben funktioniert wohl nicht so schnell. Was meinst du? Ich dachte, das wären nur noch so ein, zwei Bahnen oder sowas, die der Helfer hier jetzt nicht gemacht hat, bevor er gestern am Feierabend gemacht hat. Gezwungenermaßen. Aber das ist doch noch ein bisschen mehr. Also dauert noch einen kleinen Moment. Mal eben ist er doch nicht so gegeben. Oh, kein Problem. Ich brauch hier auch noch. So. Das ist fertig. Jetzt noch hier oben das Stückele und dann auf der anderen Seite noch. Vor allem sind die unteren Felder, da müsste ich ja dann auch noch... Das ist mal die Nachträger. Ich mach erst mal die Tiere sauber, weil wenn die Produktionsrate von denen so weit unten ist, dann... Oder die Sauberkeit, dann ist die Produktionsrate geringer, dann gibt es weniger Milch, weniger Neutiere. Okay. Also sprich, sind die Tiere ja in erster Linie mal ein bisschen wichtiger. Ja, das nächste müssen wir eh dann noch ein bisschen Gras reinschmeißen, den Kühn. Mhm. Also sobald's hier gewachsen ist, können wir auch wieder ab... Abmähen. Ja, ein bisschen gewachsen ist es schon, aber nicht... Nicht ausreichend viel. Nee. Also es lohnt sich jetzt nicht, dass jetzt abzumähnen die Mühe. Mit Abmähen, Schwaden und Aufsammeln ist da... Oder der Aufwand ist da höher, als der Ertrag, der rauskommt. Ja. Ja. Das habe ich, das müsste... Ja, das ist fertig. Oh, weia. Wo war ich jetzt? Das siehst du hier auf dem Gras überhaupt nicht. Nee, auf dem Gras siehst du das auch nicht. Da musst du nach Gefühl. So, was macht der Helfer denn jetzt? Was ich ihn jetzt hier so... Fährt er jetzt gleich nach links weg oder nach rechts? Und erkennt er, dass das da schon was gemacht wurde? Und hält da an? Ja. Ich glaube... Was ist denn? Fahre ich noch... Ich muss hier wirklich so ein bisschen nach Ahnung fahren. Ja. Ich finde, das ist echt doof. Aber ich fahre jetzt noch einmal hoch und dann müsste ich eigentlich alles haben. Dann schaue ich mal auf der Karte. Der Helfer ist auf jeden Fall hoffentlich grubbern. Ich habe da mal einen Helfer jetzt drauf geschickt. Und er hat sich schon so ein bisschen nach dem Geburtstag und dann sollte er noch an den Bleendor? Ich finde, ich brauche das alles zu merken, oder? Ich finde das alles. Klingt jetzt nicht sehr überzeugend, mein Schatz. Was ist denn los? Ja, es geht. So, ich kümmere mich mal um die Sauberkeit bei den Kühen. Du hast gesagt, alle Tiere sind ein bisschen mit der Sauberkeit. Naja, eigentlich, warte mal, ich denke mal eher die Hühner. Bei den Kühen ist es zur Hälfte runter, bei den Kühen ist es nur noch 24%. Bei den Pferden ist es keine Sauberkeit. Bei den Hühnern ist die Sauberkeit unten. Da ist sie auf 24% und bei den Kühen auf 54%, ja. Und bei den Schwiede Fakeln? Äh, warte. Äh, da ist sie noch 100%. Okay, na dann fahre ich mir alle mal ab. Also bei den Schweinen musst du dann in dem Fall nicht. Die sind noch gut versorgt. In der Abo-Office 2. Epp. Wieso nimmt der Futtertruf das nicht auf? Okay. Hm, wie bist du jetzt? Bei den Kühen, ich wollte eigentlich gerade das wieder zurück in den Futtertruf kippen, so ich das eigentlich immer mache, wenn ich es sauber mache. Aber, ne, ich glaube, das ist nicht im Silo oder irgendwo rein. Das hat mich letztens auch mal richtig sauber gemacht. Das wollte er nicht. Okay. So. Übrigens, unser Bunker-Silo oben ist fermentiert, ne? Mhm, das ist fertig, kann man nehmen. Das ist fertig, das können wir nehmen. Das hier unten machen wir noch leer und dann haben wir quasi oben Silage und können hier unten dann neu anlegen. Beim nächsten Mal. Aber ich denke, das reicht ja erstmal, oder? Ah, jo, nur zur Info. Ja. So. Ey, ich füte auch gleich mal die Schweine noch mit Kartoffeln, wenn ich schon mal hier oben bin mit der Schaufel. Mhm. Weil da hast du, oder hast du reingefüllt? Ne, ich habe mit denen noch gar nichts gemacht. Ich glaube, die haben aber auch noch, so viel brauchen die gar nicht. Ne, ich meine, Kartoffeln haben wir da noch nicht reingefüllt, ne? Ne. Okay. Ja, ich muss auch mal die Deko hier unten weitermachen, beim Kuhstall. Ja, so ein bisschen Deko fehlt. Ja. Oh, Weizen. 32 Liter Weizen lagen davor, das bringt das Ganze bei den Hühnern schon auf 24%. Okay. Wieso kann ich das hier jetzt nicht einfach da wieder reinkippen? Oh, wir haben auch schon drei Kartons Eier. Cool. Das lügt. Das gibt schon ein Frühstückseis. Meinsch? Nur eins? Wie jetzt nur eins? Lassen wir das auch ein paar Tage wohnen? Das ist das Ganze, das darfst du auch keinem erzählen, oder? Ne, echt nicht. Uh, was ist das für ein cooler Schafstall? Hä? Hast du den noch gar nicht gesehen? Ich habe ihn mir, glaube ich, noch nie richtig angeguckt. Der ist ja richtig cool. Richtig angeguckt habe ich mir den, glaube ich, noch nicht. Ich habe gesehen, dass du ihn hingestellt hattest und ich habe auch das Silo daneben gestellt. Okay. So, jetzt habe ich das, 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 das. Drei Wiesen. Okay. Das Feld oben, das hinten, habe ich das ganz hintere schon gemacht. Das weiß ich nicht. Ja, das habe ich gemacht. Ähm, dann bin ich durch. Cool. L4C wird auch hier ein Objekt blockiert. Das ist ein Baum, ich schaue gleich mal danach. Weißt du? Das ist so, Pferd gegen den Baum, Fallsteig aus weg. Ja, ne? Ah, da ist ein Objekt, tschüss! Moment mal, gell? Ja, gut, aber trotzdem, was ist das für eine Art und Weise? Du kannst doch nicht einfach irgendwo gegenfahren und sich verpissen. Entschuldige. Oder beziehungsweise Entschuldigung. What's wrong with you? Oh mein Gott, ist das... Uiuiui. Borstie, Schnitzel, ich bringe euch frische Kartoffels. Ah, das ist rein so gut. Du sollst Schnitzel mit Kartoffeln. Ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Eigentlich hättest du nicht Schnitzel, Borstie, sondern Panierte und Schnitzel. Ja. Und ich hätt das so rufen können. Du meinst Panate und Schnitzel? Schnitzelpanate meinst du? Genau. So, was sagen denn unsere beiden Schnitzel und Borstie? 1800 Kartoffeln. Boah. Aber irgendwie geht ein Teil hier daneben? Und den kann ich nicht wieder aufheben. Wie es ausschaut. Na, lass mich da mal ran, bitte. Da. Setz da mal den Helfer auf das letzte Feld hier unten. Ja. So. Ah, die Kartoffeln, da müssen wir uns auch noch drum kümmern, dass die woanders hinkommen hier, ne? Du? Ja, ja, du könntest aber zurechtig einfach auch biegen lassen. Ja, ist halt doof, wir haben da jetzt ein Silo und benutzen das nicht. Ja gut, das kannst du ja wieder weg. Ah, jo. Gut, dann fahr ich den John dir wieder runter. So, ähm, dann. Also der Helfer ist noch am grubbern, ne? Ich bin gerade bei, ja, ne, ich versuch den. Ich war jetzt mal ein paar Bahnen, dass er hier Platz hat. Gut. Ich bin neu an und dann fährt er. Ja, ich glaube, was wir hier auch machen können, dass der Helfer vernünftig arbeitet, ist, wenn wir ihm die Außenbahn, also, ne, ich sag jetzt mal, wir fahren zwei, drei Mal oder sowas außenrum und setzen dann den Helfer rauf. Ich glaube, das findet er viel Lust, äh, also viel besser, viel entspannter. Nein, ich muss ihm nur hier eine Anfangslinie machen. Okay. So, wunderbar. So. Okay. Läuft bei dir? Ja, der fährt. Und das Feld hier unten auch fertig, man könnte mal dann... Wollen wir mal kurz meinen Dingelspreier noch auf und dann können wir eigentlich bald ansehen. Ja, ich habe auch gerade meinen Schlepper weggestellt, aber wir kommen für heute erst mal zu Ende, mein Schatz. Okay. Liebe Lüte, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.